Kyria, Kyria, Eleison, Kyria, Kyria, Eleison. Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Jesus, du verbindest dich mit den Ärmsten und mit denen, die nicht im Rampenlicht stehen, die gerne übersehen werden, denen, die auf Hilfe angewiesen sind. Da können wir dich finden, sagst du. Also eher nicht in den Kirchen, sondern in den Übergangsheimen, im Nachmittagshort, bei den schwersten Mehrfachbehinderten. Du bist solidarisch. Danke für alle, die dort schon sind und die helfen. Danke für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakonie Mitteldeutschland, in den Sozialstationen, in der Schuldnerberatung, bei den Suchtkranken, in allen 1900 Einrichtungen. Und von Herzen danke für alle, die von ihnen gepflegt werden und gefördert werden. Für alle Kinder, alle Jugendlichen, alle Großen und die Alten. Da finden wir dich also, richtig? Du bist so wundersam, Gott. Alle Ehre dir. Amen. Dona nobis, passem in terra. Dona nobis, passem domine. Dona nobis, passem in terra. Dona nobis, passem domine. Dona nobis, passem in terra. Dona nobis, passem domine. Vielen Dank.